Jahrelang hatte die TV-Bekanntheit, die Wollnys, vergeblich versucht, schwanger zu werden. Erst eine künstliche Befruchtung brachte den Erfolg. Kurz darauf kamen Emory und Casey auf die Welt. Die Zwillinge feierten kürzlich ihren zweiten Geburtstag. Dass sie im Dezember 2022 auf natürlichem Wege schwanger wurde, bezeichnete Sarafina selbst als großes Wunder. Im Rahmen einer kleinen Frage-Antwort-Runde beantwortete die Zwillingsmama ihren knapp 600.000 Followern auf Instagram jetzt noch einmal die wichtigsten Fragen rund um die bevorstehende Geburt. Aktuell befindet sich Sarafina mit einigen anderen Mitgliedern des Wollne-Clans mal wieder in der Türkei. Wie die Blondine verriet, wird es der letzte Aufenthalt am Zweitwohnsitz der Großfamilie sein, bevor das Baby auf die Welt kommt. Vom Geschlecht ihres dritten Kindes wollen sich die 28-Jährige und ihr Ehemann Peter, 30, nach wie vor überraschen lassen. Die Vorfreude bei den werdenden Eltern ist bereits jetzt riesengroß, 30. Woche, die Zeit vergeht so schnell. Bald halten wir unser drittes Wunder in den Armen, schrieb Sarafina unter anderem in ihrer Story. Eine Frage trieb die Community der Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny, 58, besonders um. Nämlich, wie nehmen die Zwillinge die Schwangerschaft auf? Prompt geriet die Teilzeit aus Wanderin ins Schwärmen. Sie streicheln meinen Bauch, stehen vor mir und sagen, Baby, Baby, ließ Sarafina ihre Fans voller Stolz wissen. Ergänzend fügte sie hinzu, dass zudem immer eine Kinderhand auf ihrem Bauch liegen würde, sobald einer der Zwillinge auf ihrem Schoß säße. Allem Anschein nach freuen sich Casey und Emory also schon sehr auf ihr Geschwisterchen.